Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Helene Fischer sorgt für Mega-Überraschung bei Konzert in München. Was für ein Abend! Am 20 Uhr und 8 Minuten spielte Helene Fischer das bisher größte Konzert ihrer Karriere. Vor 130.000 Fans trat die Sängerin in München auf dem Messegelände auf und präsentierte Hits aus ihrem neuen Album Rausch, performte aber auch viele alte bekannte Songs wie Von hier bis unendlich, Herzbeben oder Achterbahn, die Mitmachlieder, wie sie selbst an diesem Abend sagte. Zuvor gab es viel Aufregung um das Konzert. So wurde spekuliert, ob es ein Vorprogramm geben würde. Immerhin gab es eine Wartezeit, bis zu 8 Stunden rumzukriegen. Um 12 Uhr dürften die ersten Besucher innen nämlich schon auf das Messegelände. Im Programmheft stand zwar kein Support Act, Trotzdem gab es Gerüchte, dass es einen Überraschungsauftritt geben sollte. Den gab es auch gewissermaßen, nur anders als wohl viele gedacht hätten. Florian Silbereisen tritt auf und Helene bedankt sich. Bevor Helene kurz nach 8 die Bühne betrat und ihre Show ablieferte, trat völlig unerwartet Florian Silbereisen vor das Publikum, machte ordentlich Stimmung und kündigte seine Ex-Freundin an. Wenn es jemand schaffen könne, so viele Menschen zu versammeln, dann sei das sie, führte er aus und ergänzte, ich bin ein großer Fan und für mich ist es wahnsinnig, hier kurz zu stehen. Wir werden heute den geilsten Abend erleben, den es je gab, hier in München. Anschließend sang er kurz atemlos mit den Fans, bevor er rief, hier ist Helene Fischer. Hey guys, this is Gunsham. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.